hallo und recht herzlich willkommen hier zu einem neuen let's play vom landwirtschaft simulatoren 19 ja meine freunde heute wollen wir uns hier die schafe der stall ist relativ leer aber das wird sich gleich ändern hier kommen die schafe rein springen wir mal schnell in unseren lkw und holen mal die schafe vorsichtig herumfahren auch nirgends hängen bleiben diesmal wie bei den anderen tieren auch zum vier händler holen da die schafe und bringen die denn zum stall dann brauchen wir ja heu und wasser denn war es das schon oh der kurd ist jetzt auch da und der hansi und der peter auch dann können wir gleich die schafe hier inladen so die schaub die schaub machen wir mal ein paar weiße mit ein paar braune ein paar schwarz-weiße und ein paar moment keine kuh die schaub so düsen wollen los wo sind sie denn sieht man gar nicht da sieht ein bisschen leer aus schaub da sieht ein bisschen leer aus so sind oben keine drinnen alter naja wenn wir sehen die schaub wurden leider nicht angezeigt die schaub so Ganz vorsichtig hier rauffahren, gleich rein im Stall, hoppala, kommen wir auch mit dem Transporter hier rein, mal gucken, knapp, knapp, oh, glaubt Da müssen wir rückwärts rein fahren, das wird so nix Oh, man stückel froid, aber jetzt So Dann verschieben wir die So nicht Aber so Gucken wir mal kurz Da sind sie Die guten Shop So, eine Fuhr holen wir noch So Untertitelung. BR 2018 Ja, die Spritze ist fleißig am Spritzen. Fahren wir gleich mal rückwärts hier zum Händler rein. So, die Spritze ist fleißig am Spritzen. Nimm mal ein paar schwarze und weiße mit. Ein paar schwarze. So, die Städtigen. Und Düsen ganz schnell. So, die Städte. wieder rückwärts ran fahren und die ausladen dann müssen wir noch wasser und heu holen damit die schön was zu futtern haben so der rückwärts ran fahren ausladen verschieben so die sind mit dem man die seite mann nehmen wir mal hier unseren hänger fahr einmal hier unter laden schau mal wie es die anderen tiere tiere geht die schweinerei muss sauber gemacht werden da fehlt einiges die hühner die muku und bei scharf sind wir gleich bei so denn bringen wir das ganze mal zu so wie scharf mal gucken mal rein fahren hier gucken ob wir es schaffen glaubt das ist ein bisschen eng aber wir kriegen das hin so lagen wir mal ab so 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 ist denn ab hier die möglichkeit so 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 okay so 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 so